moin zusammen ich bin es wieder der harm und hoffentlich ist das mit drauf na egal so heute spiele ich wieder sehtal aus prinzipien ja nun stehe ich hier und mit dem moment ein bisschen ratlos was ich hier ausfressen kann jetzt gerade mal gucken an den kollegen komme ich nicht an den kollegen komme ich auch nicht wie hieß das hier noch die wächter müssen und dem komme ich auch nicht Ah Nein Hätte mich fast wieder gehabt So und jetzt und nun Nee, das war scheiße, was ich jetzt ausgeförsen habe Aber ich kriege den auch nicht wieder Das muss ich anders machen Jo Bom, weiter geht's Einmal drum zu, rein hier So, weg Hegemonien und hier rein Und wieder Flux, zu, uuuaah Scheiße, scheiße Ich war gerade ein bisschen orientierungslos Das kostet ja wieder nerven hier Ist hier noch irgendwas, was ich brauchen kann Nee, ist schon schack Nimm sich da jetzt ran, um an den Linksraum zu kommen Und das muss ich nur aus Äh, ich muss nur aus Ja, ich muss nur aus Äh, ich muss nur aus Scheiße! Ich kann mir jetzt nur denken, dass ich hier rausnehme. Das ist auch einfach umständlich hier. Ich habe eine andere Idee. Okay. Den muss ich nehmen. So. Ach, dann ist er in der Ecke geblüfft. Dann kann ich den wegnehmen. Glaube ich. Kann ich den aufmachen? Okay. Okay. So. 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 Scheiße, 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 scheiße. Bleiben die beide auf? Äh, Mist. Irgendwas verstehe ich jetzt nicht. Also, mach das Spülchen nochmal, wie geht denn hier? Ja, ja, ja. Oh. Ich kann ihn stören, ja. So, scheiße, 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 scheiße. Oh, das ist gut zu deinem Geld. Hm. Die beiden, die können die sich gegenseitig umbringen. Mein Kind, einen anderen Weg zu suchen bringt dir keine Schande. Versuche dieses Geheimnis ein andermal zu lösen. Nein, ich will das jetzt lösen. Ich will das jetzt lösen. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich krieg das schon mal mit. Ich hab da so... ...ein Gedanken. Genau das will ich erreichen. Die müssen sich gegenseitig z-deppern. Da bin ich fest von überzeugt, dass es geht. Oh. Süd. Dann, an dem 67 Meter. Die müssen den nach hinten haben. Das geht eben. Das geht eben hier. Ich gehe hier hin und warte bis er... Oww! Oww! NING 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 Werden das immer mehr? Es sind immer noch 3 Also da muss ich mir jetzt irgendwann kommt man Ich komme im Moment komme ich jetzt wirklich nicht drauf Ja und wenn ihr euch jetzt wieder fragt Was macht Ham? Was macht Ham was nächstes? Oder Oh Ham wie? Was hast da denn wieder gemacht? Dann schau doch mal den nächsten Teil an Bis dann! Winke!